Hallo zusammen, Minicat Schweiz, hier in Tommaso am internationalen Minicat-Treffen. Wir sind in etwa 16 Schweizer unter fast 100 Teilnehmern mit 50 Minicats. Heute probieren wir noch ganz kurz ein neues Produkt aus, und zwar den Elektromotor E-Propulsion. Ein leistungsfähiges Gerät, und was die Tester geben, werden wir sehen. Super Weekend, super Leute, mein Freund von Australien ist extra hier angereist, und wir haben eine gute Zeit zusammen. Merci und Tschüss! Musik 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 Musik